Hallo, ich bin Alejandro, Kita-Spieler der Band Schwerelos. Ich freue mich euch heute zu unserem Making-of, unserer Debüt-Single Liebe dich nicht zu begrüßen. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß. Fick dich selbst, der Typ. Siehst du den Vogel da drüben? Ist das ein schöner Vogel? Wow, also da fällt mir nichts außer Wow ein Vogel. Da fliegt ja wirklich ein Vogel. Das überrascht mich jetzt, dass da wirklich ein Vogel ist. Ja, ja, damit hätte ich mich gehört. Oh, Hanneslichter. Oh, Hanneslichter, der grenzt die Natur ab. Du bist so ein blöder Wichser, ne? Ich lasse mich nicht in jedem Making-of verarschen, ne? Nicht in jedem. Ja, Alex, also du jemals im Making-of irgendwie... Schlechter war gestorben. Wir brauchen noch ein Kopfschüttchen, ein melancholisches. Paella! Boom, Motherfucker, boom, boom, schakalaka. Können wir, wollen wir, tun wir. Ja, wollen... Also ich mit Sicherheit nicht. Und ich liebe dich nicht, doch ohne dich ist es auch irgendwie scheiße. Und deshalb schmeiße ich mich so sehr an dich. Ich liebe dich nicht, doch ohne dich ist es auch irgendwie scheiße. Und deshalb schmeiße ich mich so sehr an dich. Und deshalb schmeiße ich mich so sehr an dich. Und ich liebe dich nicht, doch ohne dich ist es auch irgendwie scheiße. Und deshalb schmeiße ich mich so sehr an dich. Und ich liebe dich nicht, doch ohne dich ist es auch irgendwie scheiße. Und ich liebe dich nicht, doch ohne dich ist es auch irgendwie scheiße.